Wann können wir realistisch beim Bitcoin mit einem neuen All-Time-High rechnen? Hier zu gucken, hört uns eine extrem spannende Analyse von einem weltbekannten Investor an, der sich bestens mit der Thematik auskennt. Wenn dich dieses Thema also interessiert, dann solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dabei bleiben. In den letzten Tagen ist richtig viel passiert. Wir haben einige Bewegungen mitbekommen und einen wunderbaren Anstieg, nicht nur beim Bitcoin, sondern eben auch bei den meisten Altcoins. Und aktuell ist es immer noch so, dass wir bei über 34.000 US-Dollar stehen und damit immer noch ein Plus von über 20% in den letzten sieben Tagen zu verzeichnen hatten. Es war also kein Traum und in dem Fall sollten wir an der Stelle mal darüber sprechen, was in der nächsten Zeit so passieren wird. Wann werden wir zum Beispiel das neue All-Time-High sehen? Hier sprechen wir natürlich nicht von einer Garantie, sondern von einer Perspektive. Dann sprechen wir natürlich aber auch darüber, wann wir eigentlich den Tiefpunkt gesehen haben in der aktuellen Phase und natürlich auch, was in der Zwischenzeit bis zum All-Time-High eigentlich auf uns warten wird. Und dazu gucken wir uns die Analyse von dem guten Peter Brandt an, der in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Der hat nämlich über 45 Jahre hinweg sich extrem viel Erfahrung aneignen können. Natürlich nicht in Bezug auf Krypto, sondern allgemein, wenn es darum geht, als Investor unterwegs zu sein oder eben auch als Trader. Und vor allem in den letzten Jahren hat er sich einen richtigen Namen gemacht, weil er sehr viele Dinge prognostiziert hat, die wirklich so umgesetzt worden sind, beziehungsweise die dann wirklich in der Realität so waren. Und in dem Fall schlüsselt er hier einmal auf, dass wir im November 2022 das absolute Bottom gesehen haben. Der Boden wurde erreicht und seitdem sind wir in einem fließenden Übergang in den Bitcoin Bullrun gewesen. Außerdem geht er davon aus, dass wir nicht vor Q3 2024 das neue All-Time-High sehen werden. Das ist also schon mal eine ziemlich präzise Angabe, um ehrlich zu sein. Und das würde bedeuten, dass wir in unter 12 Monaten tatsächlich schon auf dem Weg an den 69.000 US-Dollar vorbei wären, wenn es tatsächlich so kommt, wie er es hier schildert. Und in der Zwischenzeit wird es seiner Ansicht nach zu einem sogenannten Shop-Fest kommen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir in einer ultra-volatilen Phase uns befinden, extrem viel Bewegung sehen werden, so wie es eben am Kryptowährungsmarkt immer üblich war. Und es fällt eine weitere Sache direkt auf. In der Grafik, die er hier einmal aufgeschlüsselt hat, geht es um historische Daten. Und er hat sich die verschiedenen Zyklen angeguckt und herausgefunden, dass die sich schon ziemlich stark ähneln. Wir haben zum Beispiel eine Phase im ersten Bullrun von 21 Monaten gesehen. Dann haben wir im zweiten Bullrun eine Phase von 41 Monaten, im dritten von 36 Monaten und im aktuellen ungefähr von 41 Monaten vor der Brust. Das heißt also, die Zahlen sind schon ziemlich nah beieinander. Außerdem haben wir hier die Korrekturwerte, bis wir also den Boden erreicht haben. Auch die sind extrem hoch und sind in der Regel so um die 80 Prozent natürlich teilweise deutlich drüber gewesen. Aber auch das ähnelt sich. Das heißt, der Ablauf scheint immer der gleiche zu sein. Und dann gibt es natürlich eben auch diesen wunderbaren Anstieg, der dann parabolisch vonstatten ging. Zuletzt natürlich, wie wir es wissen, auf über 69.000 US-Dollar in der Phase, die wir hier gesehen haben. Und nun, wenn wir aktuell davon ausgehen, dass das genauso wieder vonstatten gehen sollte wie in den letzten drei Zyklen, dann würden wir also hinten heraus Richtung Q3, Richtung Q4 2024 deutlich über die 69.000 US-Dollar hinweg schießen. Und um die Preisentwicklung von Bitcoin bestmöglich zu analysieren, nutzt er das sogenannte Renko-Diagramm. Das ist am Ende nichts anderes als ein Diagramm, das vor allem die falschen Bewegungen herausfiltert. Denn er ist zu dem Schluss gekommen, dass in den letzten fünf Jahren lediglich fünf Fehler aufgetreten sind. Nachdem er dieses Diagramm benutzt hat, das ist schon mal eine ziemliche Ansage. Und ausgelöst wurde dieser wunderbare Anstieg, du hast es ja in den letzten Videos auch schon mitbekommen, vor allem durch die Thematik rund um den möglichen Ticker des Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock. Dann gab es einige Informationen zu ARK Invest und anderen Unternehmen, die ebenfalls wohl ein Ticker-Symbol bekommen haben. Hier hat man sich teilweise auf die falschen Produkte bezogen. Darum soll es aber an der Stelle gar nicht gehen, sondern vielmehr um die Aussichten. Wann wir eigentlich mit der Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs rechnen können. Und hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen, zum Beispiel die von dem guten James Seifert. Der geht nämlich davon aus, dass wir mit einer 90-prozentigen Chance am 10. Januar tatsächlich die Freigabe verschiedener Produkte bekommen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht nur ein ETF freigeschaltet wird, sondern dass mindestens zwei freigeschaltet werden. Es geht dabei um den First-Mover-Vorteil, den die SEC unbedingt unterbinden muss, damit nicht ein Player quasi alles an Volumina bekommt, sondern dass sich das so ein bisschen aufteilt. Und davon gehe ich ehrlicherweise aus. Und das würde alles doch wunderbar zueinander passen. Wir würden dann im Bestfall in Q1 bereits die Freigabe von verschiedenen Produkten hier sehen. Das würde den Markt nochmal ordentlich beflügeln. Dann würden wir auch noch das Halving miterleben, das dann im April umgesetzt wird. Das wird zwar den Markt nicht kurzfristig, aber vor allem langfristig dann beflügeln. Und dann sollte es im besten Fall dazu führen, dass wir diesen wunderbaren Anstieg dann eben miterleben und dann tatsächlich das All-Time-High, so wie es Peter Schiff eben prognostiziert hat, in Q3 2024 überwinden. Und genau auf die Situation versuche ich mich bestmöglich vorzubereiten. Und das solltest du natürlich auch unbedingt mal bedenken, zum Beispiel über den ersten Link in der Videobeschreibung. Hier bekommst du nämlich auf die ersten 10.000 Euro Volumen keine Gebühren berechnet. Damit hast du also schon mal den optimalen Start. Außerdem bekommst du 10 Euro geschenkt, die du frei verwenden kannst. Und Staking ist unter anderem verfügbar, genauso wie Steuerreports, die du sofort rausziehen kannst. Das ist also die perfekte Plattform und vor allem eine sichere Plattform, über die du jetzt perfekt in den Bitcoin-Markt einsteigen kannst. Check sie also gerne mal über den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und du merkst schon, es passiert einiges am Markt. Wir haben einige Events vor der Brust und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir 2024 ein richtiges Fest erleben. All das, was wir gerade so mitbekommen, 20% hier, 10% Volatilität und so weiter, all das ist das Vorgeplänkel auf den richtigen Bullrun. Und darauf freue ich mich extrem und ich werde dich natürlich auf der Reise eben auch mitnehmen mit täglichen Videos unter anderem und natürlich auch täglichen Posts auf Twitter, damit du immer up-to-date bleibst. Deswegen lohnt sich das Folgen auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen haben sollte, dann lass unbedingt noch einen Daumen nach oben da. Das würde mich extrem unterstützen. Kostet auch nur eine Sekunde Zeit. Und ansonsten geht es natürlich auch morgen weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020